Österreich braucht jetzt auch noch einen guten Sprung von Thomas Morgenstern. Der letzte der vier Österreicher im ersten Durchgang ist unterwegs. Jawohl, der ist gut. Thomas Morgenstern wie immer eine Bank auf Top-Sprünge. Und der macht im Flachen einen Telemark. Das gibt es ja gar nicht mehr, was die Österreicher hier in den Auslauf zaubern. 140,5 Meter mit Telemark. Und kein 20er dabei. Ja, sag einmal, 18,5. Das gibt es ja nicht. Denn die Landung, wenn er die Mainz gehabt hat, waren die drei Zentel weg. Schau, 88,6 km, 140,5 Meter. Anzeigetoffel im Stadl. Schau, super. Da wird er ein Wirkenlust. Wirkenlust. Lass die Luft rein. Und da merkt er es jetzt. Schau, da beißt er. Da macht er sich lang. Wirklich lang. Schau, der Kopf. Und schau, wie er vorn bleibt. Aber schau, der bleibt ganz ruhig. Dann macht er da einen Telemark. Ja, ein bisschen seitlich. Aber bei 140,5 Meter, was soll man da noch aufziehen? Ein Traum. Sprung. Das ist jetzt der Vorsprung, ich sag dir das. Er bringt mit seinem Sprung Alex Beuntner zum Sprengen. Das war genau 500 Punkte. Andi, 43,6 Punkte Vorsprung nach dem ersten Durchgang.